Hallo und willkommen bei tooltime.de, eurem IT-Kanal im Internet. Hier in diesem Video habe ich ein iPhone und da zeige ich mal, was man da machen kann, wenn die Knöpfe nicht mehr richtig funktionieren, also der Homebutton, der Einschaltknopf oder die Lautstärkeknöpfe. Dann kann man sich über das iOS hier so einen kleinen Knopfersatz einblenden lassen. Das ist dieser schwarze Punkt mit dem weißen Kreis da drin und da kann man die Knöpfe drüber emulieren. Dann kann man sein Handy wieder ausschalten oder auf den Homebutton drücken. Das wird hier über Software gemacht. Bei diesem iPhone habe ich den Knopf also schon aktiviert. Hier ist er. Da tippe ich mal ganz kurz drauf und dann kann ich hier verschiedene Sachen machen. Hier drücke ich auf den Homebutton und kann das Handy jetzt entsperren und wie man sieht, verschwindet das Menü automatisch. Jetzt habe ich das iPhone also entsperrt und jetzt drücke ich hier unten auf Einstellungen und dann gibt es in den Einstellungen den Punkt allgemein. Das ist dieser hier. Da tippe ich drauf und dann gibt es den Punkt Bedienungshilfen. Der ist hier oben. Da tippe ich drauf und der nächste Punkt, den man anklicken muss, ist dann Assistive Touch. Das ist dieser hier und da kann man dann diesen kleinen schwarzen Punkt hier ein- und ausschalten und die entsprechenden Buttons da emulieren. Hier ist also jetzt mein virtueller Knopf. Der ist eingeschaltet und wenn ich hier oben drauf drücke, da verschwindet, da ist er ausgeschaltet wieder und ich schalte ihn wieder ein und zeige mal, wie der funktioniert. Der Button, der überlagert natürlich immer irgendwas, den kann man ganz einfach hier hin und her schieben, dann stört er nicht weiter. Der ist auch immer sichtbar und man tippt da einmal drauf und kann hier verschiedene Optionen einstellen. Ich klicke mal hier oben auf Gerät und dann kann ich schon mal die Lautstärke einstellen und da brauche ich nicht mehr diese beiden Knöpfe hier neben zu benutzen. Dann hat es hier noch ein paar andere Optionen, wie Bildschirm sperren, Bildschirm drehen oder Ton ein- und aus. Da kann ich drauf tippen und da wird der Ton komplett ein- und ausgeschaltet. Ich kann hier mit dem kleinen Pfeil wieder zurückgehen, habe hier meinen Homebutton, da tippe ich einmal drauf und dann verschwindet das. Tippe ich nochmal drauf und halte den Knopf Homebutton länger und dann habe ich hier Siri. Wenn ich das iPhone jetzt per Software ausschalten möchte, nehmen wir mal an, hier oben geht der Knopf nicht, dann tippe ich hier auf Gerät, dann auf Bildschirm sperren. Da halte ich das lange gedrückt und kriege jetzt hier den Ausschalten-Dialog und kann jetzt mit dem Touchscreen das iPhone ausschalten. Das Einschalten geht natürlich nur über den Einschaltknopf hier oben. Wenn ihr das iPhone nur sperren möchtet, dann tippt ihr hier oben auf Gerät und dann auf Bildschirm sperren, nur einmal kurz drauf. Und das ist dann jetzt die gleiche Funktion, als wenn ihr hier oben auf den Einschaltknopf kurz drauf drückt. Um das iPhone aber jetzt wieder zu aktivieren, muss man trotzdem entweder auf den Homebutton drücken oder auf den Einschaltknopf ganz kurz. Das heißt, einer der beiden Knöpfe, der muss schon funktionieren. Ich zeige nochmal, wie man diesen Assistive-Touch-Knopf ein- und ausschaltet. Hier unten dann auf Einstellungen gehen, dann auf den Punkt Allgemein, dann den Punkt Bedienungshilfen anklicken, hier, und dann den Punkt Assistive-Touch rauswählen. Wo ist er? Hier ist er dann. Und da drauf tippen und dann kann ich den hier ein- und ausschalten. Dieser Assistive-Touch-Knopf, der bleibt also immer hier oben zu sehen, auch wenn man zum Beispiel jetzt den Browser aufruft, dann bleibt er hier unten. Wenn er stört, kann man den einfach wegschieben, das ist ganz praktisch. Und nach einer Zeit wird er ein bisschen heller. Jetzt, da kann man auch dann unten drunter alles lesen. Fazit ist, der Knopf ist sehr gut, ich lasse den immer hier oben drauf, dann kann man das viel leichter bedienen, das Gerät. Es funktioniert auch sehr gut, wenn mal einer der Knöpfe kaputt ist, der Home-Button oder der Einschaltknopf. Wenn natürlich alle Knöpfe kaputt sind, dann sieht es schlecht aus, da kommt man dann auch nicht weiter, dann muss man es reparieren lassen. Besucht auch hier mal die Seite tooltime.de, da findet ihr noch dutzende andere Beiträge, Fotos, Tipps und Tricks und Videos zum Thema iPhone, zum Thema PC, zum Thema Notebooks, MacBooks, iMacs, zum Thema Windows 10. Schaut euch einfach mal um, da sind jede Menge Sachen für euch dabei. Hier blende ich noch ein paar andere Videos an auf dem YouTube-Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks auseinanderbaut und repariert. Da seht ihr, wie man Windows 10 installiert, Windows 10 Probleme beseitigt. Da seht ihr, wie man Drucker auseinanderbaut, Druckköpfe reinigt und wieder instand setzt. Schaut euch einfach mal auf dem YouTube-Kanal um, da sind mit sich dann auch jede Menge Sachen für euch dabei.